Jetzt aber. Alter, doch, sie kommt nicht in die Lava. Geh da hoch, Mann. Oh, die Schitte. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Greenhouse Time und bei Nacht gehen wir nun in den zweiten Dungeon. Oh, ich bin ganz gespannt, so, was da so abgeht. Ah, ja, ja, jetzt sollte ich Angst haben, ich weiß es nicht. Da ist eine Donnerblume, da ist auch eine Donnerblume. Wir nehmen eine Donnerblume. Man hört vielleicht, dass ich ein kleines bisschen erkältet bin. Es fühlt sich zumindest so an bei mir. Weiß nicht, ob man das hört, keine Ahnung. So. Ah, jetzt legt das hin, alles klar. Dodongos Höhle. Das Ding, der macht mir aber irgendwie... Ah, da werde ich ganz... Ne, also... Das Ding hat mein Herz schon erobert. Auf jeden Fall... Oh nein. Sieht aus, als wären hier... Sieht aus, als wären hier jede Menge Lavagruben. Pass auf, wo du hintrittst. Warte, ich mach mal mein Mikro ein bisschen höher, so. Sollte jetzt besser sein. Zack. Zack. Oha. Nein. Oha. Was bist du? Oh nein. Ich weiß, was du bist. Aha. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wo ist das Ding? Da. Ha. Vorsicht. Vorsicht. Warte, wieso... Ach, da. Da geht's. Vielleicht weiter. Geht's hier weiter oder auf der anderen Seite? Ich mach mal erstmal... Hier die Wand weg. So. Mal schauen, was... Oha, das Ding da. Eine Kiste? Okay. Bestimmt die Karte. Und es ist... Die... Labyrinth-Karte. Ja, ob's kaputt. Ja, alles klar, ich weiß. So. Und jetzt? Wieder da rüber, oder? Ne, ich will erstmal gucken, was da ist. Aber das Ding da... Oha. Kann ich dich nicht irgendwie kaputt machen, oder so? Oh nein. Oh doch. Warte. Hier geht's lang. Hä? Nur du? Ah, mir hat einer geschrieben. Ich kann die auch. Warte. Erstmal anvisieren. Nein, mach die Karte wieder dahin. So, anvisieren. Und dann mit der Schleuder. Hey. Hallo? Hallo? Schleuder? So. Jetzt steck die weg. Ach, leck mich doch. Ich gebe auf. Wie wär's, wenn ich dir ein Dekoschild verkaufen würde? Er kostet 50... Alter. Nein. Ja, verschwinde nur. Moment. Moment, hier ist Lava. Ich sollte vielleicht den Dekoschild wegpacken, oder? Mein Controller macht schon wieder so komische Anzeichen. Auf. Dass er leer gehen will, oder so. Was ist das denn? Munitionstasche. Cool. Nehmen wir mal den hier. Den Julia-Schild. Warte, jetzt ist das aber... Nein, nicht die Karte wegmachen. Ah, jetzt duckt er sich. Oh, ich hab Schaden bekommen. Was? Das hilft dann doch gar nicht, das Schild. Und wir kommen ja auch nicht weiter, fällt mir ein. Wir müssen rüber. Glaube ich. Na? Na, geht doch. Also Atmosphäre hat der Dungeon ja nicht so. Irgendwie... Boah. Knappes Ding. Irgendwie fehlt mir hier was. Es ist zu still eigentlich. Zu wenig Gegner irgendwie. Und... Und spektakulär. Würde ich schon fast sagen. Kann ich euch eigentlich auch mit der Bombe zerstören? Erstmal... Hier. Und schnell weg. So, was haben wir hier? Hä? Wieso? Ist Zeit hier wichtig, oder was? 21.11. Ja, Skulltulas würden wir jetzt aber nicht verpassen, oder? Es ist ja Nacht. So, mach das mal kaputt. Ich hoffe, das geht. Und? Ne, doch. Ja. Alles klar. Oh, der Kopf auch noch. Ah, dann ist da natürlich wieder eine Wand. Da ist ein Schalter. Da oben. Vielleicht macht das... Irgendwie... Das Maul auf von dem Ding da vorne. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Pam. Oh, hier geht's weiter. Wo sind wir jetzt? Was sind das denn für welche? Alles klar. Alter, hier explodiert auch alles, oder was? Na klar. Da ist eine Wand. Hilf mir mal eben. Komm mal rüber. Hallo? Hallo? Komm. So, schnell weg. Ha, die helfen mir wirklich. Hä? Ist das eine Tür? Tatsächlich. Ey, eine Skulltula. Und so komische... Oh, Fledermäuse. Ja, cool. Wie bekomme ich die? Warte mal. So. Du hast eine goldene Skulltula. Ja, geil. Nein, wieso? Oh. Gut, dass ich mein Schild weggepackt habe. Hallo? Ja, ich bin ja eigentlich fertig, oder? War nur die Skulltula. Dann gehen wir wieder. So, und die Dinger... Was? Die können... Das ist jetzt fies. Oh, ich verliere ganz schön Herzen. So, und was seid ihr? Statuen. Ah, ich kann mir schon vorstellen, was jetzt kommt. Der Schalter geht wieder hoch. Richtig. Und natürlich kann man die dann schieben. Ey. So. Leicht durchschaubar. Leicht durchschaubar. Bis jetzt zumindest. Mal gucken, was noch so kommt im Dungeon. Ich denke nicht, dass wir den jetzt in dieser Folge schon fertig machen. Sondern eher in der nächsten. Und da hängen wieder Fledermäuse. Ja, das finde ich immer so ganz toll, wenn die da hängen. Gib mir wenigstens ein Herz. Das ist jetzt... Wo sind wir jetzt? Nein. Nee, nee, nee. Nicht die... Oh Gott. Zwei sogar. Ach du Scheiße. Ey, die ist ausgewichen. Egal, ich mach das voll... Oh, skillig, wollte ich sagen. Und dann werde ich natürlich getroffen. Ey, hau nicht ab. Komm her. Komm rüber. Ey. Nicht weglaufen. Komm schon. Wow. Ey, bleib... Bleib doch hier. Kommt jetzt rüber. Nein, natürlich nicht. Jetzt aber. Alter. Doch, sie kommt. Nicht in die Lava. Geh da hoch, Mann. Oh. Schitte. Jetzt bringen sie halt um. Oh mein Gott. Ich sterbe. Oh, Gott sei Dank. Gib das Herz her. Mehr hast du nicht? Oh, komm schon. Sind hier denn auch... Äh, keine... Oh nein, da ist ja noch eine. Hab ich ganz vergessen. Oh, sie ist da. Weg hier. Sind hier denn keine... Ah, da. Alles klar. Bitte gib mir Herz, Mann. Rubin. No. Alter. Ich will hier weg. Komm. Ey. Wir sehen das Ding halt an. Warte. Ich hab einen Plan. Oder auch nicht. Alter, was macht... Visier ist an. Alter. Was soll das? Greif mich an. Häh. Oh, mies. Jawohl. Wow. Das war jetzt nicht so einfach. Hier müssen wir lang, oder? Ja. Und da ist eine Donnerblume. Und die benutzen wir jetzt. Und da ist eine Fackel. Die ist ja cool. Ey. Hier. Oh. Zwei ein Viertel der Herzen. Das find ich nicht cool. So, was haben wir hier? Ich glaub, ich geh gleich lieber. Also, die Dinger sind... Das ist echt Schwachsinn. Bei aller... Ach, du Scheiße. Gibt's hier wenigstens Herzen. Ach, das sind die Viecher. Spucken Feuer. Die muss man, glaub ich... Den darf man irgendwie nur auf den Schwanz haben, oder so. Greif doch... An. Oh, oh. Yo. Komm halt her. Oh, das explodiert bestimmt. Ja, klar. Wie alles hier, ne? Jawohl. Und ich hör schon das nächste. Oh, sofort hier. Klar. Ey. Mach doch. Und noch einmal. Ist nix da... Och, da sind... Warte, wieso sind die Fackeln aus? Alles klar. Die Fackeln müssen erstmal angezündet werden. Ey. Mach doch. Und jetzt du. Schnell weg. Das Ding hier. Ein Herz wär gut. Ein Herz wär echt gut, oder? Findet ihr auch. Alter. Hier gibt's ja nur Rubine. Wie nett. So. Ich seh nix. Wie interessiert das? So. Eins. Zwei. Und zwölf. Ja. Alles klar. Nein. Du sollst es wegstellen. Nein. Das Schwert... Och. Ist egal. Ich... Ich... Ach, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Den Schalter. So. Was geht jetzt auf? Achso. Okay. Schnell... Da... Rüber... Vor dem Ding... Abhauen. Zack. Das schaffen wir nicht mehr. Jetzt soll es es wieder warten. Ewigkeit warten. Noch sieben Minuten. Sehe ich das richtig? Hm. Mal sehen wie weit wir kommen. Yo. Was geht hier denn ab? Worauf ich gar nicht geachtet hab? Ne. Ich hör keine Skulltula. Darauf hab ich nämlich gar nicht geachtet. Auf Skulltulas oder so. Hätte ich mal machen sollen. Weil die kann man ja auch hören. Warte. Lass mich mal gucken, was dahinter ist. Ist hier vielleicht was? Skulltula? Ne. Nix. Dann gucken wir mal hier, was da so abgeht. Hier geht so eine Tür ab. Die danzt ja voll. Oh Gott. Ich erinnere mich, glaube ich, an die Statuen. Wenn ich die berühre, dann geht die kaputt. Und deswegen. Nein. Shit. Shit. Stell dich da bitte wieder hin. Nein. Geh nicht auf mich. Stell dich da wieder hin. Stell dich da wieder hin, bitte. So. Laufen wir mal. Nein. Oh. Das war nicht gut. Vor allem, er hat sie geworfen und nicht hingelegt. Naja. Ich soll jetzt ein bisschen warten. Geschafft. Ey. Ey. Geh weg. Oh. Herzkasper oder was soll das? So. Was haben wir hier? Haben wir hier den Kompass? Haben wir hier den Kompass? Kompass. Ja. Da ist er. Boah. Ich hab so wenig Herzen. Das find ich überhaupt nicht cool. Ha. Die wollen mir einfach keine Herzen geben. Und Herzteile auch nicht. Wieso sind denn keine Herzteile? Ey. So. Die Bombe. Ach. Haben wir sogar einen Platz dafür? Sieht zumindest danach aus. Was willst du, Navi? Ja. Eine Kettenreaktion. Ach. Das ist eine Tre... Ah. Verstehe. Jetzt blick ich da durch. Die Stufen sind... Minimal kleiner als Link. Oh Gott. Hm. Ja. Das dauert. Das dauert. Wieso war er jetzt? Hm. Komisch. Oh. Skulltula. Ich hab's gehört. Aber wo? Da oben? Hm. Ja. Ich hab' ein Herz. Oh ja. Danke. 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 So. Was haben wir? Hier ist eine Skull... Nee. Das ist keine Skulltula. Hey. Wie seht die an? Nee. Da ist noch eine. Jo. Ey. Nein. Warte. So. 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 Machen wir halt so. Hä? So. Kann man da hochklettern? Jo, alles klar. Ganz easy. Noch eines gold... Goldenes Goldschüler. Jo, was noch? Was können wir jetzt noch machen? War hinter uns ne Tür? Ja, ne? Ja. Klar, gut. Oh nein. Nicht Fledermäuse. Geht weg. Wir sehen die halt an. Bitte. Schneller. Mann. Da ist aber irgendwo noch einer. So, war's das? So, und dich muss ich jetzt... Hä? Die kann man einfach wegschieben? Okay. Na dann. Und was hat mir das jetzt geholfen? Ach nee, wir kamen gar nicht von da. Ich dachte, wir sind von da gekommen, aber nee. So ist es nämlich nicht. Oh, wieder so ne Fledermaus. Ach, wir sind im zweiten Stockwerk. Mach schneller, ey. Boah, ha, 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 ha. Nein, pass auf. Oh mein Gott. Da ist ein Herz. Nein! Weg! Doch, da ist es. Alles klar. Okay. Da ist ne Truhe. Boah. Irgendwo. Nein, geh weg. Boah. Meine Fresse. So, Leute. Die nervt. So. Darf ich jetzt? Ah, da, da, danke, da, danke. Noch ein Herz. Alles klar. Und wie ist dann? Ja, bück dich nochmal. Oh ja, geil, denke. Oh ja, cool. Ähm, wie ist dann? Ach, du Scheiße. Ach, meine Fresse. Ich bin so kaputt, ey. Ich bin so kaputt. Oh nein. Ähm. Was wollte ich sagen? Ah ja, 20 Minuten sind um. Denke ich. Vielleicht schon ein bisschen mehr. Jo. Kann sein. Egal. Also, das war's, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie ist dann? Oh, ich hab gegen mein Mikro. Oh nein, es tut mir so leid. Wie es dann da weitergeht. Im Dunkeln da. In der Finsternis. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann.